Wir spielen heute Round Robin. Jeder kann gegen jeden spielen. So viel Zeit haben wir. Deswegen nutzen wir die Zeit auch. Wir sehen, es ist Dark Samus gegen Link. Schon mal schöne Ladders hier. Schon mal ein guter Start hier für Matsuzo. Ja, wir haben Sechser- und Siebener-Pools und vier Leute kommen weiter. Man denkt, das ist viel, aber... Entschuldigung. So viele gute Leute wie hier heute sind, ist das gar nicht so viel. Also bin ich mal gespannt, wie das hier wird, ob es spannend wird oder ob es irgendwelche Upsets gibt. Ja, jedenfalls können die Leute genug spielen heute. Mindestens fünf bis sechs Matches für jeden. Und danach noch Top 8 mit Best of Five. Bei denen alle im Winners starten. Wir kommen hier langsam zum Ende des ersten Stocks. Nice Face hat gut aufgeholt. Oh, das war scary. Kommt Matsuzo nochmal. Von der Edge weg. Max Rage. Oh, und schöner Down-Tilt. Der erste Stock geht also an Matsuzo. und direkter Ausgleich von Nice Face. Oh, schön. Ja, also... Zweiter Stock sieht an sich aus wie der erste. Nice Face holt schon ein bisschen früher auf diesmal. Bei Dark Samus kann sich das aber auch sehr schnell immer wieder ändern. Und da hat die Nair von Dark Samus auf jeden Fall sehr gut geholfen. Äh, von Link. Und... Die abbekillt. Mal schauen, ob Matsuzo das wieder aufholen kann. Guter Versuch mit dem Upsmash. Oh. Und der Drag Down. Fair. Bomb Recovery rettet. Aber 160 Prozent reichen aus, um zu killen. Auch wenn der Charge Shot nicht vollkommen aufgeladen ist. Oh, das könnte guter Damage sein. Oh, sehr schön. Okay, cleane Leather Combos. Mit der Abwehr. Also jetzt hier gerade die Führung für Matsuzo. Aber Nice Face holt gut aus. Er kommt von der Edge weg. Das ist sehr wichtig bei Link. Die Bombe ist draußen. Oh. 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 Oh mein Gott. Die Bombe hat sogar getroffen hinten. Aber sie wurde nicht in die Luft gesprengt. Okay. Wichtiger Stock jetzt hier. Oh. Und das war schon sehr früh für einen Heavy wie Dark Samus. Das war ein knappes Match. Aber Nice Face holt's. Ist hier best of three. Erstmal. Nice Face zweiter Seed in seinem Pool. Ich glaube erster Seed ist. Welcher Pool war das? SDN. Ich glaube SDN ist erster Seed in dem Pool. Letztes NDZ war ja SDN erster und dann Nice Face zweiter. Wir haben hier das erste Mal Robin GG auch. Wir freuen uns natürlich drüber. Okay. Okay. Ein anderes Skin. Und spielen wir wieder auf... Ne. Diesmal ist es auf Small Battlefield. Mal sehen, ob wir wieder die guten Up Air Strings sehen. Oh. Ah. Okay. Diesmal kam die Abi. Das ist immer so ein bisschen extra Damage. Allerdings ist es natürlich auch etwas risky. Okay. Schön abzählt den Tabea. Oh. Contested. Reicht nicht ganz für den Kale. Aber gut gespielt mit der Bombe. Also Nice Face hier mit dem ersten Kill. Aber 120% schon drauf. Mal sehen, wie lange er das halten kann. Oh. Risky. Ich weiß nicht, ob das gekillt hätte. Nein. Nein. 150% jetzt. Und der F-Smash. Und es ist wieder even. Das ganze Set sehr even bisher. Okay. Die erste große Lead für Nice Face. Ein ganzer Stock. Das wird schwer aufzuholen. Das wird schwer aufzuholen. Aber mal schauen. Noch ist alles drin. Ja. Das geht ein bisschen. Ja. Ich meine Musik. Sorry. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das reicht auch schon Sehr frühe Kill Sehr gut gemacht von NiceFace Und das ist 2-0 Das war ein guter Start von NiceFace